Dass dieses kleine Mädchen so viel schon durchgemacht hat und immer noch durchmacht und durchmachen muss. Und das alles so verkraftet. Weil klar, was anderes bleibt dir nicht übrig. Aber... Da fuck. Hey! Hey! Who are you? What the hell do you want from us? Lee, what's going on? I saw someone standing there by the fence, watching us. A walker? No, too fast. Took off like a bat out of the hill when I spotted him. Was it a man or a woman? Didn't get a good enough look. What does it matter? I'm wondering if it's the same guy who's been following us. The guy on the radio. Jimmy? I'm fine. Just... I'm fine. What's all the ruckus? Lee saw someone watching us from outside the gate. What? Who? I can't be sure. They ran off before I could get a good look. I don't like this one bit. Not one bit. Me either. Walkers are one thing. But the thought of someone out there actually stalking us. Alright, that's it. We've stuck around here long enough. It's time to get back on track. Time to get down to the river and find ourselves a boat. I don't know if Omid's well enough to move yet. Well he better get ready. Because I'm going down to River Street right now to find a boat. And as soon as she's ready to go, we're moving out. I don't know if it's safe to leave just yet. Why the hell not? Walkers look to have cleared out. That's not all I'm worried about. So you'd rather just hunker down here and just let whoever's out there keep us boxed in? Wait for them to starve us out? No thanks. I hate to say it, but Kenny's right. Omid's not in great shape to move, but we can't do anything for him here. Without meds or a doctor, he's only gonna get worse. Alright, alright. I'll head to the river with Kenny to scope out a boat. Or you get Omid ready to move. What about me? You'll stay here with the group. You'll only slow us down. Wait, can't I come? My mom and dad can't be far now. Maybe we can look for them on the way to the river. Clem honey, I think it'd be best if you stayed here with Ben. I need you to watch out for Omid and Krista. Help them get ready to move out. You said I'm supposed to always stay close to you. I know, it's just this once. Sometimes we all have to put aside what we want for the good of the group. Hey, don't worry. I'll be back before you know it, okay? Okay. Daylight's burning. Gonna go grab my gear, then we'll head out. Come on, Clem. Let's go see if Omid needs anything. So, you're just gonna leave me on the bench here? I can do that. Well, just so we're clear. While I'm gone, anything or anyone tries to get inside this house, you shoot them. Don't even think twice about it. Understand? I got no problem shooting walkers. Did you hear what I said? Anything or anyone? Good. I can get in the room. Hmm, hmm, hmm. Du hast been gebeten, auf Clementine auszupassen. Bestimmt sieht man jetzt nochmal, dass er sich hier vorsteckt oder so. Ne? Ne. Ladebeltschön, dumidum. Okay, Himmel. Infected Ja, klar, wenn ein Seuch ausbricht Das ist das, was ich tue, ein Banner malen East Bay Street, Lincoln Street Oh, dieser Stuhl Quieke, quieke Auto ohne Räder Was ist los, Kenny? Urlaubs-Eupartu Wo ich gerade dieses grüne Auto sehe Rolf, okay Ich wusste mal, was es heißt Du denkst, dass jeder sich in der Haustür sicher ist? Sicher, wie jeder kann, ich denke Ich habe nur Angst, allein in Clementine zu leben Oh, als ob Walkers nicht schlecht genug sind, jetzt haben wir diesen verrückten Möte auf der Radio Stalken uns Es wird nicht ein Problem, wenn wir rauskommen auf der Wasser Die Räder ist nur ein paar Blöcke nach vorne Sonne of a bitch That bastard's fucking with us again It's another trap No, listen That's not the same bell as before This one's further off Whatever it is, it's gonna get the dead moving over there What in the hell is going on? I don't know, but the person ringing that bell might be doing us a favor Whatever, man Oh, was jetzt schon wieder? Der Hafen? Wird ein bisschen realistischer, ey. Guck mal, es sind zwei Boote und beide komplett im Arsch. Es ist ein Fall durch. Nein! Da steckt mich fort. Wenn ich eine Experte über die Geschichte über die Amerikaner, werde ich sicher zu fragen. Aber wie soll ich die Nautical-Schein mit mir verlassen? Ich werde es schauen. Du schaust weiter nach der Wasserfront. Vielleicht gibt es etwas auf der anderen Seite. Ich glaube nicht, dass wir zu weit entfernen sollten. Wir müssen nicht. Siehst du das Teleskop? Du kannst es überall nach der Wasserfront von hier sehen. Schauen Sie, was du findest. Okay. Verdammt, der Idiote. Guckt euch das Boot an. Da steckt da ein Fall drin. Ja, Siphon. Die Fahrzeuge sind entfernt. Die Fahrzeuge sind verloren. Es sieht aus, dass das Ding ausgeliefert wurde. Das Ding ausgeliefert wurde. Ich habe keine Ahnung, wo ich gerade bin. Da bin ich. Die Kamera hat sich aber gerade ziemlich beschissen. Hier haben wir eine Straßenbahn. Das Ding ausgeliefert. Es sieht aus, wie es noch im Tank ist. Das Ding ausgeliefert wurde. Die Röder sind gehalten. Die Walker ist verdammt. Kann ich mich nicht machen? Bleib weg ... Und wir machen etwas. Über die Menschen ... die sind überall ja 1 4 x 0 dof 6 8 0 8 ich kenne diese markierung irgendwoher ich weiß nicht ob das so eine gute idee ist was ich hier gerade mache auch wofür stehen diese markierung auch durch ihn erschießen wollen die texkunde ausnimmt Ich hoffe, ein guter Job würde mir nicht mehr weiter gehen. Es könnten militärische Tanks sein, aber was bedeutet sie? Es ist ein altes Geldregister. Es ist nicht viel günstig in diesen Tagen. Es ist ein veröffentlichter Neustadt. Es muss sich Wochenende um diese Fenster aufzunehmen. Das ist doch kein Akt. So. Stay out. Great. Es braucht eine Karte, um zu arbeiten. Okay. Pfff. Verdammt. Das ist doch so. Ist gut. Klar, das ist natürlich das erste, was ihm einfällt, was man machen könnte. Dann ist er ab zur Kasse. Weil wo sollte sonst eine 25 Cent-Mütze drin sein? Bin mal gespannt. Das wäre schön schön. Oh, natürlich. Das wäre zu leicht. Das sollte wahrscheinlich zu Kenny liegen. Es ist zu gefährlich hier. Okay. Hier kann ich soweit nichts machen. Ja, ich will mir nicht noch mehr Bretter ansehen. Er macht doch noch mehr Lärm. Da hinten steht ein Walk und der kloppt da wie bescheuert drauf rum. Er kann sowas nicht da vollziehen. Aber egal. Alter, diese Barrikade. So, Geld rein. Was ist mit dem Boot? Es wird nicht funktionieren. Halt unter der Wasserfläche, oder jemand hat die Batterie entfernt. Du kannst es nicht fixieren? Was ist das? 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 Was ist das?